Musik Aus Solidarität mit den Uiguren hat das AYLDIS Team mehrere Angriffe auf chinesische Internetseiten gestartet. Dabei wurden öffentliche, staatliche und akademische Seiten gehackt. Als Botschaft hinterließ das Team die Parole, wir sind bei unseren uigurischen Geschwistern. Die Debatte über das Leid der Uiguren im Deutschen Bundestag sorgte für aufgebrachte Reaktionen seitens Chinas. Das Land beschuldigt Deutschland, sich in innere Angelegenheiten einzumischen. Der chinesische Konsul in Berlin kritisiert, dass die Debatte über die Menschenrechtsverletzungen trotz Kritik aus China abgehalten wurde. Weiter hieß es, dass Deutschland zu Unrecht China verleumde, sich grundlos einmische und somit die Souveränität Chinas infrage stelle. Um den Protest gegen diesen Vorgang zu verdeutlichen, werde man weitere diplomatische Schritte einleiten. Musik Norwegen hat den Verkauf von Waffen und militärischen Geräten an Saudi-Arabien gestoppt. Die Außenministerin Norwegens, Ine Eriksen-Soreide, verkündete in einem Interview an den Staatssender NRK, dass Norwegen aufgrund des tragischen Jemen-Kriegs weder Waffen, Munition noch Ausrüstung an Saudi-Arabien verkaufen werde. Die Kommission der Vereinten Nationen für Wiedergutmachungszahlungen hat den Schaden ermittelt, der durch die Besetzung Kuwaits 1990 durch den Irak entstand. Das kommende Jahr wird der Irak einen Teil des durch Öl generierten Gewinns als Wiedergutmachungszahlung an Kuwait bezahlen. Michelle Batchlett, Hochkommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, rief zu schnellem Handeln auf, um das Leid der Zivilbevölkerung im Bürgerkrieg Jemens zu beenden. Batchlett verkündete in einer schriftlichen Mitteilung, dass Zivilverluste wegen der Gefechte bei Hudaya dramatische Ausmaße angenommen haben. correspondet zur Verfügung. Wahnsinn! Großkommissarin für Menschenrechte bei der Vertrauen www.honaise.de www.honaise.de www.honaise.de